Können ich doch mal bitte so einen Hengst haben? Ha, dankeschön. Das ist kein Hengst. Nein, ich will ihn nicht haben. Oh, keiner. Soll ich nicht mit einer Waffe rumrennen? Vielleicht provoziert das ein bisschen weniger. Ach, ist egal. Ich hab hier schon viel schlimmere Sachen gemacht. Krass, dass die fast meinen ganzen Panzer weggeballert haben, ne? Hab ich ihn gerade umgerannt? Ist ja gerade umgefallen, weil ich gegen den Rand bin. Das hätte was. Ist hier auch irgendwo ein Stallion drin. Das kann ja auch sein. Mäb. Sieht offensichtlich nicht danach aus. Zumindest nicht auf der Etage. Aber ist auch gerade blöd mit der Polizei. Könnte nicht nur einer hier im Parkhaus sein. Ist gerade 84 Stück rumgefahren. Du Sack gerade. Nimm mal einen von oben. Mir ist das egal. Äh. Hier ist echt kein einziger. Aber ein Taxi packt hier. Ist auch nur ein Esperanto. Joach. Ne. Dann, äh. Runter wieder. Mit uns. Hui. Weck mich, ey. Penner. Boah. Ich muss mir überall Polizei haben. Warum sehe ich jetzt nur noch diese Kack-Lobos? Loben. Lobotomie. Ja, ich könnte auch einfach eine Runde fahren. Dann ist da gleich bestimmt wieder einer am Start. Scheiße. Okay, dann fahren wir nochmal einmal um den Block. Und hoffen, dass da wieder alles da ist. Oh, schon wieder die Polizei. Ich halte dich aus. Das kann nicht sein. Echt, ohne Witz. Entschuldigung. Mein Fehler. Ich habe hier auch die beste Fluchtkarre rausgesucht, die ich mir eigentlich hätte ausrufen können. Wenn ich mir das mal so angucke. Ui. Das war jetzt notwendig. Das wollte ich jetzt unbedingt tun. Oh, klappt ein Yakuza-Stinger denn auch? Das wäre natürlich... Das ist ja auch ein Stinger. Und ich entschuldige mich gerade für das extrem laute K. Weil man klappt. Zumindest wirkt das auf mich extrem laut hier. Ich weiß nicht, was mein Mund damit getan hat. So. Wo war er denn jetzt? Scheiße. Ah, hier. Hervorragend. Und jetzt? Machst du mich bitte glücklich? Oh, das wäre so cool. Nein, das ist ein... Das ist kein Stinger-Idiot. Ich bin so dumm, ne? Oh, Scheiße. Er hat mich verhaftet. Ah, Gott. Ist das schlecht. Ist das schlecht. Ist das so schlecht. Tja. Ja, 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 ja. Nun. Ich schäme mich ein bisschen auch. Ja. Das ist richtig. Du weißt, was ich bin nicht. So, wo muss ich überhaupt hin? Ich habe ja keine Ahnung. Backfallpoint. Das ist nun Kuruma. Das ist auch noch Kuruma, ne? Das wissen wir wenigstens, was die Akusa gerne für Musik hören. Oh, ja. Wer ist eigentlich hier der Typ hier? Das ist die. Wer ist das? Kenn ich den? Hat er sich bei uns mal irgendwie gemeldet? Entschuldigung. Wo ist der Armeemensch? Entschuldigung. So, ich muss eigentlich nur das Parkhaus finden, weil ich gehe mal davon aus, dass mittlerweile der Stinger wieder gespawnt ist. Äh, Stallion. Nicht Stinger. Ich hoffe es zumindest. Warum ist der nicht mehr da? Die sind ja tolle Polizisten, die einfach mal abhauen, wenn geschossen wird. Ich habe noch nicht gespeichert, ne? Sonst hätte ich jetzt einfach neu laden. Ach, das kann doch nicht wahr sein, ey. Das Schöne ist immerhin, es ist direkt um die Ecke. So, dann speichern wir mal kurz ab. Freit mit dir. 35 Minuten nehme ich schon auf? Alter, Vater. Zeit geht so schnell rum bei dem Spiel. So. Ja, eigentlich können wir uns noch mal kurz ausstatten. Grundsätzlich würde ich ja nicht sagen, dass die Gefahr des Sterbens oder des Festgenommenwerdens ja eigentlich nicht zu hoch sein sollte. Aber, äh, es steckt nicht repräsentativ. Puh, Entschuldigung. Ach Gott. So. Brrrr. So, sechs Stunden sind es ins Land gezogen. Ich möchte mal Stellina bitte wieder drin stehen haben, okay? Ja, dankeschön. Achso, eigentlich kann ich... Boah, ey, müsst ihr mir so hart auf den Sack käsen? Ohne Scheiß. Ist das wirklich notwendig? Vielleicht würde ich auch die... Schranke einmal wegfahren. So. Schüss, jetzt können wir einfach neu laden, kurz da hinfahren. Dann klappen wir oben mit dem Nachbarn. So, okay. Die Frage ist nur, welcher von den Checkpoints hatte mir gefehlt? So. Da war nicht keiner mehr. Oh, fuck. Ich war mir nicht sicher, wie weit ich zurück konnte mit den Säulen und allen Dingen dran. So. Hier herum. Von der Zeit her, ne? Ist das eigentlich vollkommen in Ordnung. Man hat genug Zeit, um das alles zu holen. Haben wir ja gerade gesehen. Und das war mein erstes Versuch. Der war echt scheiße. Das ist immer noch kacke. Das... Ich glaube, der hätte mir sogar fehlen können. Ich finde das doof, dass der Checkpoint wirklich im Auto ist. Schon das zweite Mal. Weil auch, ich glaube, die Autos spawnen sind hier halt fest. Zum einen die Orte und auch die, äh... Art der Fahrzeuge. Dann muss ich nochmal zurückfahren zur anderen Seite. Das ist nämlich auch noch einer, glaube ich. Auf überhaupt nicht. Noch ein bisschen drum. Der hat mal hinten in der Ecke versteckt. Warte, das ist doch der, der mir gefehlt hat. Keine Ahnung. Dann habe ich den, der mir gefehlt hat, auch immer noch nicht eingesammelt. Ich habe ihn wieder verpasst. Von allem, keine Ahnung. So, da ist nichts mehr. Ja, sieht aber ganz gut aus eigentlich bisher. Also wenn die Rennen alle so wären würden, oder wären, wie hier auf Staunton Island, ne? Dann wäre das schön. Ich hatte nur erst mal direkt Panik gehabt, als ich, äh, das Patriot-Rennen gemacht habe. Weil es ja auch das erste, so gesehen, optionale Rennen war, was ich gesehen habe. Ich glaube, das habe ich damals auch schon gedacht. So vorwiegend, Alter, wenn das schon das erste Rennen ist, wie soll der Rest überhaupt sein? Als ich das mal kurz angespielt habe, das Spiel. Also kurz angespielt ist falsch. Ich habe es ja schon ein paar Stunden damals gespielt gehabt. Aber halt bei weitem nicht durch. Ich war damit überfordert mit dem Spiel. Und ich habe halt sehr viel bei meinem Kollegen und so gesehen. Kaploms! So, wunderbar. Gut, ja, dann hätten wir die beiden Sachen schon erledigt. Dann würde ich trotzdem nochmal zurück ins Versteck fahren. Einmal mit dem Polizeiwagen scharnappen. Und dann... Mal schauen, wo die ganzen Stunts sind, die wir noch machen müssen. Äh... Da war ja unser Versteck. Ich Idiot. Das sehen ist aber nicht so gut, wie ich denn eigentlich in Erinnerung hatte. Weil die klingt nach so einer pompösen Karre. Ach, diese Nase. Aber die ist sehr ungelenk und auch nicht so schnell, muss man sagen. So, sieht aber trotzdem cool aus. Speichern. Ah, wunderbar. Haben wir die beiden Sachen schon mal erledigt? Ach, Gott. Pffu! Und der nächste, dieser. Ach. So, ich gucke jetzt aber gerade auch nochmal. Äh, wo ist das denn? Wo ist die Beziehung vom Parkplatz fahren? Keine Ziels beim Start. Es gibt ja auch noch einen Arcee-Toyswagen. Also halt hier so einen mit ferngesteuerten Sprengstofffahrzeugen. Ich fahre mir gerade nur so, wo das ist. Äh, auf einem Parkplatz in Thornton, westlich vom Casino. Ah, okay. So, ich muss mir aber gerade einmal, so leid es mir tut, die Nase putzen. Ich stelle jetzt kurz was raus. Ich hoffe es zumindest, dass ich daran denke. So, okay. Jetzt ist die Nase zumindest etwas freier wieder. So, die Karten brauche ich alle noch nicht. Ich wollte mir nur mal was lösen, brauche ich jetzt heute eigentlich auch nicht mehr. Äh, gibt es hier nur so? Okay, gibt es nur vier Stunts offensichtlich. Oder auf Thornton Island, wenn ich das jetzt richtig sehe. Oder? Bin ich schon wieder betrunken? Nö. Tatsächlich. Na gut. So, wir hatten mich einmal... Bedford Point. Ah, okay. Das ist ja interessant. Hier haben wir eigentlich verschiedene Möglichkeiten. Äh. Ich weiß nur noch überhaupt gar nicht, wo die sind. Ah, okay. Das könnte ich vielleicht sogar finden, ganz gut. Ah, okay. Ich glaube, zwei sind doch relativ einfach zu finden. Von den Stunts. So, dann müssen wir nicht einmal Richtung Callahan Bridge. Aber das... Der vierte? Da muss ich mir nochmal genauer angucken. Äh. Weil den vom Parkhaus, wo wir gerade ja waren, den haben wir schon fertig. Ah, okay. Ich habe da aber einen guten... Gutes Indiz dafür. Ja, schauen wir mal. Wir fahren einfach mal ein bisschen durch die Gegend, würde ich vorschlagen. So, da fahre ich lieber über die Hauptstraße. Ich brauche nämlich eine belebte Straße, um zu sehen, ob ich da richtig bin. Oder nicht. So. Ich will jetzt eigentlich den, wo ich das größte Fragezeichen im Kopf habe, am liebsten zuerst machen. So, ich suche nämlich ein Schild mit Nudeln. Nudelwerbung. Aber ich meine, hier sind wir zwar auch schon ganz gut dabei, aber... Ja, dann machen wir den zuerst. Komm, wir machen den zuerst. So, dann müssen wir nicht einmal runter zum hier... Ich weiß nicht, ob das ein Hafen sein soll oder was auch immer das da unten ist. Gut, funktioniert. Hui! Hat hervorragend funktioniert sogar. Da wollen wir doch einmal kurz das andere Blättchen. Ah ja, okay. Dann müssen wir uns trotzdem erstmal ein bisschen umschauen. Ich meine, wir können wahrscheinlich den Yakuza-Stinger sogar nehmen. So, aber ich denke, wir müssen... Hier entlang vielleicht. Nein, müssen wir nicht. Scheiße! Nein! Habe ich gerade gespeichert? Das ist die große Preisfrage. Ist es 10.41 Uhr? Jetzt haben wir 10.44 Uhr. Ja, ungefähr. Ja! Dann haben wir gerade gespeichert. Okay. Boah, das wäre doof. Das wäre doof. So. Haben wir den... Oh Gott, ich weiß wirklich nicht, ob wir gespeichert haben. Ich meine, notfalls, dann müsste ich halt vielleicht nur noch das... Aber ich gucke nach der Aufnahme nochmal nach. Sollte ich das Rennen nochmal neu machen müssen? Warum nehme ich das Polizeifahrzeug nicht mit? Könnt ihr das mal bitte beantworten? Ich kann es nämlich nicht. Nein, sollte ich das Parkhausrennen nochmal machen? Ja, dann mache ich das Offscreen nochmal. Werde nichts von mitbekommen. Ihr könntet alles abgehakt erst mal deklarieren. So. Wups. Okay, wir haben jetzt zwar keine Musik hier in dem Fahrzeug, aber es ist auch nicht so schlimm. Finde ich zumindest. So, dann müssen wir nochmal ein Stück weiter Richtung Norre dann offensichtlich auch. Oder? Warte mal. Entschuldige bitte. Hör mal. War doch ein Kollege von dir, du Sack. Die Frage ist jetzt, wo ist das genau? Das kann ich jetzt noch nicht so ganz... Ich hätte doch in Farbe ausdrücken sollen. Du sagst ja. Was ist da oben? Lass mich nochmal kurz schauen. Sieht aus wie Container. Ah, das ist gar nicht die Callahan Bridge, wo ich hier bin. Bin ich, Idiot, ne? Ach, das ist... Das ist doch... Da bin ich jetzt... Bin ich jetzt komplett Banane. Ich hab nur ne Brücke gesehen und hab gedacht, nein, das ist nicht die Callahan Bridge. Okay, alles klar. Ja, mein Fehler. Das ist so gerade die bunte Straße. Genau. So, da haben wir nämlich... Ohne so ein Getränkemoped. Schon mal sehr schön. Gucken wir mal ein bisschen. Ich denke mal, es ist hier irgendwo... Also, ich versuche gerade, drei Sprünge gleichzeitig zu machen. Das ist richtig. Das erkennt ihr sehr gut. Aber ich finde jetzt gerade leider noch nicht das, was ich eigentlich finden wollte. Ah. Das, was ihr da oben seht. Ich hoffe mal, das ist das, was ich finden muss. Fang Nulls und Weave Guard. Jep. Okay. Ach du Scheiße. Okay, damit hab ich nicht gerechnet, dass es so funktioniert.